Mein Name ist Karl Schillinger. Gemeinsam mit meiner Frau Erine bin ich der Gründer von Swing Kitchen. Swing Kitchen ist ein veganes Fastfood-Projekt, welches wir auf Basis unseres veganen Gasthouses und des Moodle vor zwei Jahren ins Leben gerufen haben. Veganismus für mich bedeutet Lebensfreude pur. Burger machen froh, Burger machen Spaß und genau das sieht man bei unserer Kundenzufriedenheit. Mehr als die Hälfte unserer Kunden sind Nicht-Vegetarier und über 80% sind sogar Nicht-Veganer. Das heißt, wir haben hier offenbar einen Markt getroffen, der den breiten Geschmack trifft. Unsere veganen Lebensmittel sind nicht nur von Natur aus völlig ohne Cholesterin. Vegane Ernährung generell verbraucht einfach weniger an Ressourcen. Für uns hört Veganismus nicht am Tellerrand auf. Alle Speisen sind, soweit es geht, biologisch, ist alles gentechnikfrei. Unsere Verpackungen sind alle CO2-neutral und verrottbar. All die Böden und Einrichtungsgegenstände, die wir verwenden, sind auch ökozertifiziert. Und wir versuchen unseren ökologischen Fußabdruck so gering wie möglich zu halten. Wir sind auch bestrebt, unsere Mitarbeiter sehr fair zu entlohnen. Das spiegelt sich auch in der Kundenzufriedenheit wider. Unsere hohen ethischen Ideale und der wirtschaftliche Erfolg dieses Unternehmens ist kein Widerspruch. Mittlerweile haben wir zwei Filialen und sind stark wachsend und wollen auch international sehr stark expandieren. Unseren Franchise-Nehmern bieten wir ein komplettes Paket von der Marke, den Produkten, dem Küchenablauf, dem CI und Design an. Wir wollen auf gar keinen Fall visionarisch oder aufklärerisch wirken. Wir bieten einfach ein wunderbares Angebot an. Und freuen uns, wenn es angenommen wird. Wenn Sie Interesse an unserem Unternehmen haben, schauen Sie vorbei auf swingkitchen.com. Wir freuen uns.